hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal zum gedarrelernen ich bin hier im friedolin unterwegs und zwar in dem friedolin weihnacht album und wer das buch noch nicht hat und darin musizieren möchte der besorge sich das gibt es zum beispiel im musikhaus bischof oder auch in jedem anderen laden ihr habt das sicherlich eure möglichkeiten ja ich würde gerne mit euch die nummer vier spielen die nummer vier ist lasst uns froh und munter sein und das dauert gar nicht mehr lange dann ist nikolaus in einem monat so schnell geht das draußen hat es gefroren heute lasst uns froh und munter sein wer die töne so noch nicht beherrscht guckt im friedolin seite 49 sind alle töne noch mal aufgelistet könnt ihr noch mal nachgucken ich rutsche noch ein stück weiter ran damit ihr das besser seht ok los geht's mit dem d fangen wir an wir haben ein tonumfang von g a h h c d i fiss und g ja das fiss ist zwar gar nicht dabei nö fiss haben wir nicht aber das g los geht's mit d fangen wir an zwo denkt dran immer schön wechselschlag 2 3 4 lasst uns froh und munter sein und uns in dem herrn und erfreuen lustig 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 tralalalala bald ist nikolaus abend da bald ist nikolaus abend da für diejenigen die das den das buch nicht vor sich haben ist das natürlich ganz schwierig mitzuspielen also versorgt euch dieses buch redolins weihnachts album da steht das auf der seite vier wir haben auch noch eine zweite stimme wer jetzt die möglichkeit hat noch jemanden der mit gedache spielt oder ein smartphone hat mit dem smartphone könnt ihr nämlich die eine stimme aufnehmen dann spielte die eine stimme ab und spiel die zweite dazu oder spielt mit mir das funktioniert auch zweite stimme fängt mit h an nun geht's 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 jetzt haben wir vierte finger fiss dhg dth dhg 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 fiss g so das war das eine wir können das immer wieder hin und her spulen erste stimme zweite stimme spielt dazu sagt mir was dazu wenn irgendwas zu klären ist ruft mich an oder bitte auch denkt dran abonnieren wer es noch nicht getan hat ihr verpasst keinen song mehr weil immer bei euch irgendwas piept summt und sagt hey guckt mal bei mir auf die seite da gibt es wieder was neues so die akkorde kommt ihr singt einfach mal und ihr könnt auch dazu spielen 1 2 3 4 lasst uns froh und munter sein und uns in dem herrn erfreuen lustig lustig tralalalalala bald ist nikolaus abend da bald ist nikolaus abend da so und die zweite strophe kommt los geht's 3 4 dann stelle ich den teller auf nikolaus abend da nikolaus abend da und wer nur das lied hören möchte und mitsingen ich werde es dann gleich noch mal in den kinderkanal hochladen ich wünsche euch viel spaß bei dem hier seite 4 lasst uns froh und wunder sein erste zweite und bekleidung erste stimme zweite stimme bekleidung viel spaß beim üben und viel erfolg wir sehen uns tschüss